Mein Name ist Hopper, Jim Hopper. Ich versteckte mich hinter Drogen und Alkohol. Und dann kamen auf einmal neue Leute in mein Leben. Dieses Mädchen Elphie und Joyce waren auf einmal da und ich sagte mir, sie brauchen mich. Aber das stimmte nicht. Das ist eine Lüge, sie braucht mich nicht. Sondern ich sie. Wir dürfen nicht viel verraten, aber... Es wird weiterhin sowas von spannend. Sehr spannend. Ich dachte, ich wäre hier, um für meine Taten zu bezahlen. Aber vielleicht bin ich aus einem anderen Grund hier. Vielleicht kann ich... Vielleicht kann ich Al immer noch helfen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Denn ich habe würden das Leben sagen. Und allerlaunch aus dem Kopf auf meinem Etat. Ich habe sie没有 glückliches. Ich habe meinen Netz hurts. Ich habe eine Wallachricht��icon und meine Beine. Ich bin auch sehr gut. Ich habe hierissa. Nein.